Kakashi, der Hacker, Alter. Kakashi ist Legend, aber gacka. Hä, der hat letztens sowas von gedusert, Alter. Okay, bin jetzt da. Waren die nicht gestern Platz 20? Ja. Welche Seite bauen die? Warte, ich muss erst mal den Kopf reinfinden. Da hat der Randy wohl wieder CV gespielt, rechts. Rechts nicht raus. Doch, noch mal ein Reichstuhl, Mann. Da ist er nicht noch. Hey. Ich hab einfach vor, ich kann gleich vor, jungen, ich sehe, wo die bauen. Jetzt kommt die Maschine. Digga, drop picken. Randy ist schon wieder richtig sad, dass ich die jetzt bin. Ich spielf'n bisschen. Ja, ich spielf'n bisschen. Ich spielf'n bisschen. Mach einfach nur der Rott. 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 Was? Hä, wie wenig mit dem Müll? Du musst dich bei dir. Wenn du noch mal hochgehen? Ja. Ich probier'n wir den zu kriegen. Wenn ein Ding kriegst, kann ich safe von. Hab' ich den? Ja. Ich geh'n bisschen runter am Boss. Ja. Ich geh'n bisschen runter am Boss. Ich glaub' die checken mir irgendwie die Ironie, dass die das letztens mal gemacht haben. Dann machen wir's und sie kreien. Wer's jetzt hier nicht verstanden hat, ähm, wir hatten mal ein CW gegen Mythic, wo Mythic gewonnen hatte. Und, äh, dann mussten sie sich natürlich direkt wegen dieser Minecraft-Klan-Wars-Runde, äh, mussten die natürlich alle auf Twitter direkt posten, gegen ihr Warwick gewonnen, hahaha und sowas. Ähm, dann haben wir nochmal gegen die gespielt, äh, gegen die gespielt, haben gewonnen, ähm, haben wir genau dasselbe wie die gemacht. Und dann, äh, war ihre Antwort halt nur, ach Junge, wie unnötig seid ihr denn? Ihr müsst das so nicht direkt auf Twitter posten und sowas. Und, ach Junge. Selbstironie on point. Twitter wird geöffnet. Ja, du. Wir haben so'n Hater-Kommentare. Uhuhu. Ja, ich bin Gott. Junge, ich bin Gott, Alter. So durch den Baum, Alter. Durch den Baum, ich scheiße. Er ist Bauder. Er ist Bauder. Der Baum, Alter. Wir kommen deshalb. Wenn ihr gegen die gewinnst, spielet ihr dann nochmal. Oh nein. Was für Nonikon und Vollekon? Das sind drei Leute. Bei mir sah ich nur zwei. Was für Nonikon und Vollekon. Bei eins, lass ich jetzt wieder runter. Der würde mir stinken, du Hundesohn, Alter. Ich werde genockt, Alter. Was blieb jetzt bei dir? Ich zieh dir direkt auf Boboys und auf Hähn. Ja, zieh erstmal Boboys, aber ich habe es vor, ne? Guten Flug. Du kannst auch den draufpushen, dass er nicht... Guten Flug, no one miss you. Der zieht nur einen EP-Schutz. Ist er dumm, Alter? Untertitelung. BR 2018 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 Man könnte euch die Entschuldigung ja vielleicht abkaufen, dass sie nicht wegen dem Hate ist. Jedoch das dann als Tweetpost mit Hashtag mythik, guckt doch mal, wir entschuldigen uns doch sogar. Da wirkt das Ganze nicht so ganz glaubwürdig und ihr solltet euch nicht bei mir entschuldigen, sondern ihr solltet euch bei eurer Erziehung entschuldigen, die euch offenbar nicht beigebracht hat, dass man wenigstens vor toten Leuten Respekt haben sollte. Ich hab by the way keinen zu irgendein dieser Tweets aufgefordert. Es gibt nur Leute, die halt intelligent genug sind, um zu checken, dass man wenigstens vor toten Leuten Respekt haben sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben gerade nicht... Stell Jungs, Stell Jungs, Stell. Bett ist nur Tup, da ist der, der ist da. Komm, 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 komm. Geh du an, geh du an. Da ist noch ein Boot drauf, ja. Der hat da... Der hat mit Eisenschwert in der Ecke gesneacht. Der hat seine Base da. Warte, hinter dir. Warte, ich muss kurz Minecraft noch schalten. Machine, Digga. Machine. Machine. Zicke. Hey, warum sind das fünf Schafen? Ich bin mit fünf Schafen gestorben, wenn es ne? Und über dir kommt das... Hey, als ob du die einfach einsammelst! Ja wenn die da aufs... Siehste? Ihr steht mal unten lieber und schreibt mal nicht Ja... Geht er noch von uns unten's blieben oder ihr beiden Mann? Ja das ist ja unten nicht gebohrt, ist ja nur lang gelaufen und ich kann da eh nicht treffen, wenn er da ein Dach drüber hat Wir haben dreimal gegen die gewonnen oder vier mal die Eimer gegen uns Das ist der ganze Konter zu Boat & Beck? Ja Lass ich kommen zu dir Die Eier lutschen Die auf Schwert Ja bin ich doch Ja der hat den Lied von mir oder er ist in drüber Ja der hat den Lied von mir oder er ist in drüber Ja der hat den Lied von mir oder er ist in drüber Ja der hat den komplett zu mir geboostet, sonst hätte ich ihn da gehabt Ja der hat den Lied von mir oder er ist in drüber Ja der hättest du intelligenter gespielt als 13er Ja der hat den Tee getrunken Ja der hat den Tee getrunken Ja der hat den Tee getrunken Wollen wir mit Komm den krieg dir, krieg dir Ja 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 schön Ja das kann ich nicht mal treffen Wirklich ja die ganze Gruppe Ja einschafft wirklich Das läuft im Bogen Wirklich Könnt ihr noch drauf Ja der Bogen steht Da, wo der Bogen findet Da? Da wo der Bogen steht Ja der Bogen kommt doch aber auch ich bin der karkasch machte der pferd bei denen weiter er zweimal schon die pferd kaputt mehr aber der hälfte und noch müssen wir lassen sich unten das ist wie soll man das ging es so viel wir können halt wenn sie so weitermachen können wir werden können wir werden nicht weiter zu dir ziehen ich sehe mal ab hier hinten jetzt kann ich nicht mehr treffen der beste passiert und hat auch getroppt selbst okay ich habe noch vertikel warum sind oben so viele webs offen? oh da ist ja aber der TNT schon so recht tu mir mal ne Eisenpecke rein tu mir mal ne Eisenpecke rein ne 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 ich mach nur Eispecke tu mir nur deine Eispecke rein was meinst du lassen mit den webs? ja ja die webs dafür da dass die hier rein werden was laberst du? hab ich ja leider keinen zu bringt dich insnet um ist es Kakashi? ne Ender er bringt euch trotzdem ins er geht nur auf web äh nein ja doch 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 Kakashi und Ender sind da wooo 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 da Charles Alter.